Ich schaue auch immer mal gerne auf andere Kanäle und mir ist ein Kanal aufgefallen, der sehr, sehr heftig pausenlos die Grünen angreift. Chrissy Rieger, heißt die Dame, hat 200.000 Abonnenten, hat hier ein aktuelles Video, heftig. Ricarda, damit meint sie Ricarda Lang, plant die Wähler zu umgehen, Ausrufezeichen. Schwierige Person, weil, ja, ich habe mir ein paar Videos angesehen, die waren alle jetzt nicht besonders professionell gut. Ja, ist nicht so lang das Video. Gehen wir rein. Das ist die Dame. Mit einem Vorhang wie in einem Etapphotel. Und das ist ein bisschen sehr leise, deswegen mache ich es auch lauter. Zu manipulieren bzw. zu umgehen, das ist echt heftig. Hallo meine Lieben, das Thema schlechthin Tempolimit auf der Autobahn. Ja, das ist nicht das Thema schlechthin, aber egal. Interessantes Thema. Also für FDP da schon. Und Ricarda Lang möchte das Ganze jetzt auf um... Leute, jetzt schreibt hier keine Äußerlichkeiten, das ist absolut egal, wie sie aussieht. ...wiegen, voranbringen und sich gar nicht um die ganze Koalition und, mei, den ganzen Bundestag und da alle einzubeziehen und umzustimmen und lang zu lamentieren. Das kann man alles auch ganz, ganz anders machen. Aha. Tempolimit auf der Autobahn. Grüne gehen offenbar beim Kernthema Umweg über Brüssel. Aha. Wie das? Und das nenne ich mal eine richtig deftige, fette Aktion. Also wirklich heftig. Ähm, heftig. Die Grünen arbeiten nämlich hier, merko.de schreibt es, vor der Europawahl 2024 an mehreren Ideen für die Verkehrswende. Okay, sie wollen das in ihr Wahlprogramm reinpacken. Ach. Oh, ist das überraschend. Die Grünen, das ist eine eigene Partei, die haben ihr eigenes Wahlprogramm. Oder... nicht, 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 nicht verraten. Und da schreiben sie Sachen rein, die für das grüne Klientel sind. Wie können die nur... Siehst du da was ganz Großem auf der Spur? Die Grünen machen also grüne Politik. Huhu. Mann, Mann, Mann. Beim Entwurf des Europawahlprogramms der Grünen fiel vielen der Punkt zur imstrittenen CCS-Technik auf. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger begrüßte, dass die Grünen bei dem Thema umdenken. Jetzt muss man sich überlegen, ich habe hier mehrere Artikel gefunden, und zwar der gute alte Klassiker ist das Spiel über die Brüsseler. Ihr seht nicht die Quelle, aber die ist Nios. Das ist ja dann eher sowas Julian Reichelt ähnliches. Der Brüssel-Trick. Wie die Grünen sich das Tempolimit erschleichen wollen. Ne Moment, das muss ich ändern. Ein Moment. Der Brüssel-Trick. Wie die Grünen sich das Tempolimit erschleichen wollen. So ist das richtig. So ist diese Überschrift zu verstehen. Bande, um dann besser dazustehen. Also die Grünen schreiben, und ich zitiere, wir verfolgen die Vision Zero für den Straßenverkehr. Diese zielt darauf ab, dass es keine Verkehrsunfälle mit schweren Verletzungen mehr gibt. Wir setzen uns deshalb... Das ist natürlich Wunschdenken, aber die meisten, übrigens die meisten Todesfälle kommen auf Landstraßen. Im Vergleich zur Autobahn habe ich mal recherchiert, 3,7-fache, also fast 4-fache. Das 4-fache an Todesfällen auf den Landstraßen als auf Autobahnen. Sichere Schulwege, Tempo 30 und Verkehrssicherheitszonen in dicht bevölkerten Innenstädten sowie für ein EU-weites Tempolimit auf Autobahnen ein. Wo gibt es denn noch einfach unbegrenzt auf Autobahnen? Und das sorgt wohl für ganz viele Verkehrsunfälle. Das Problem ist nur, dass sie das nicht im Zusammenhang... Ja, mein Gott, gut, sie machen das nicht im Zusammenhang mit CO2-Ersparnis. Meine Güte. Das ist halt Politik. Das ist doch jetzt nichts Schlimmes. ...beobacht haben, dass die deutschen Autobahnen zu den sichersten Bereichen gehören, wo die wenigsten Verkehrsunfälle überhaupt stattfinden. Es geht ja eigentlich um CO2. Aber wie wollen Sie, erst mal frage ich mich, erst mal ehrlich, wie wollen die Grünen das denn im Europaparlament hinbekommen? Das Europaparlament beschließt oder erstellt keine Gesetze. Das ist nicht wie der Bundestag. Ich glaube, die Dame hat sich damit nicht so befasst. Die Europäische Kommission ist das ausschlaggebende Gremium gesetzgebend. Und das Tempolimit bei den Mitgliedstaaten ist reine Sache der Mitgliedstaaten und obliegt nicht der Europäischen Union, auch nicht der Kommission. Erst recht nicht dem Europäischen Parlament. Also das lernt man eigentlich in der Mittelstufe über Gesetzgebungsverfahren und Europäische Union. Also ist doch dieses Argument eigentlich nur eine Lüge, oder? Anders kann ich das nicht zusammenfassen. Nö, es ist keine Lüge. Es ist Populismus. Eine Lüge ist das nicht. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Wenn man dann hört, rein statistisch und studienmäßig, gibt es gar nicht immer mehr Verkehrsunfälle. Und vor allem sind das die sichersten Bereiche da, wo man etwas verändern möchte. Hm, also gibt es eigentlich gar keinen Grund. Naja, aber gut. Hauptunfallschwerpunkte sind nämlich Landstraßen und Innenstädte. Wer hätte das gedacht? Da sind die Grünen ja auch Tempo 30 in den Innenstädten. Aber das obliegt halt den jeweiligen Kommunen. Und da hat ja auch schon Dr. Wissing gesagt, also der Bundesverkehrsminister. Nö. Ich kenne das in Mainz. Da war ich letztens, meine Eltern besuchen. Schrecklich. Nachts um zwei. Schlimm. Verpacken die Grünen die Autobahnen trickreich in ein Programm, mit dem sie insgesamt die Deutschen runterbremsen und weniger mobil machen wollen. Ja, das ist jetzt okay. Okay, was ist jetzt daran besonders? Die Grünen wollen also die Politik, die sie seit Jahren vertreten, jetzt auch im Europawahlprogramm vertreten. Das ist jetzt so ein Scherz, oder? Denn wenn man dieses gesamte Paket in ein europaweites Paket setzt und durchbringt... Nein, also natürlich kann das Europäische Parlament eine Initiative starten. Aber wie groß ist denn die Fraktion der Grünen? Fraktion, schau mal nochmal. Fraktion Grüne Europaparlament. Die hat wie viele Sitze? 72 Sitze von 705. Also knapp 10%. Na gut, das hat sich dann damit erledigt. Und der erst macht eh nicht mit. Gut. Und selbst wenn die Grünen jetzt ihre Ergebnisse in Deutschland verdoppeln, dann haben sie halt statt 72 Sitze, dann haben sie halt 100 Sitze. Bringt auch nichts. Und dann müssen sie erstmal die Europäische Kommission überzeugen. Und dann müssen die Mitgliedstaaten mitmachen. Das europäische Gesetzgebungsverfahren ist so komplex, so ein Schwachsinn. Das wird auch nicht funktionieren, weil die Mitgliedstaaten sich querstellen. Und dann gibt es die Landeshoheit. Das nennt sich Subsidiaritätsprinzip. Also das ist die Hoheit der Länder. Also kompletter Unsinn. Wie kann man das denn machen? Man macht es. Damit umgeht man gleichzeitig die eigenen Koalitionspartner. Und prinzipiell umgeht man diese gesamten Debatten und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Null. Das funktioniert nicht. Was redet sie denn da? Ist kompletter Schwachsinn. Ist kompletter Quatsch. Das Gesetzgebungsverfahren auf Ebene der Europäischen Union ist viel komplexer als das deutsche Gesetzgebungsverfahren. Das geht einfach nicht, was sie da erzählt. Das sind Geschichten aus dem Paulanergarten. Da kommt gar nichts durch die Hintertür. Null. Und sie schreiben ja auch noch rein, was sie wollen. Aber das ist halt ihre Politik, dass sie... Also... Naja, komm. ...heutzutage auch schon gehört zu einem wirklich, wirklich schlechten politischen Stil, wenn man derartige Dinge macht. Was? Es ist ein schlechter politischer Stil, wenn man offen in sein Wahlprogramm etwas reinschreibt, was man seit Jahren vertritt? Okay, okay. Wenn man ja sein ganzes Land einfach übergeht und stattdessen zur höheren Instanz geht... Nein, das Europäische Parlament ist nicht die höhere Instanz. Und auch die Europäische Kommission kann sich da nicht ein... Wir haben doch keine Europaregierung in dem Sinne. Hey, ist das doch unglaublich. Ach komm, es sind schon so viele Länder. Also komm, lass doch Deutschland da auch mit rein. Mach mal so eine EU-weiters. Das ist doch viel schöner und einheitlicher. Ja, das funktioniert nicht. Italien schert ja schon aus und macht Tempo 150. Und dann machen wir das doch einfach und papalapap, ja, ja, die sind bestimmt auch in meinem Land dafür und naja. Es ist eine wirklich hinterhältige Methode, mit der auch das Wählervotum auslaviert wird. Nein, das ist Unsinn. Sie redet Unsinn. Das stimmt halt gar nicht. Europa-Politiker sogar beklagen seit Langem, dass Politiker derartige Stile verfolgen, das dann durchgebracht wird und man anschließend den Unmut der betroffenen Bevölkerung dann erst zu spüren bekommt, weil das eben einfach eine hinterhältige Aktion ist, die hier getan wurde. Also das heißt, du gehst direkt zu der übergeordneten Instanz. Also sie macht nichts anderes, als diesen Artikel vorzulesen, der sich mit Europarecht nicht befasst hat und der nicht weiß, wie die Europäische Union und das Europäische Parlament und die Europäische Kommission und der Europäische Rat und so weiter funktionieren. Ich bin gleich mal auf die Kommentare der Leute gespannt, die sich ebenso wenig damit befasst haben. Du kannst dort einfach ein europaweites Verbot walten und anschließend kannst du sagen, ach Leute, Mann, da könnte man jetzt echt auch nichts machen. Ich meine, wir waren sowieso dafür, aber jetzt ist es europaweit und jetzt müssen wir das halt eben auch umsetzen. Kann man nichts machen. Können wir nichts machen, kann die gesamte Regierung nichts machen und ihr könnt da leider auch nichts dagegen machen. Das ist wirklich ein richtig dicker Hinterhalt. Kann man das anders nennen? Ja, wiederhol dich doch die ganze Zeit. Das stimmt halt trotzdem nicht. Wiederhol es nur zehnmal und das ist trotzdem falsch. Nein, ich kann es nicht anders nennen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist so schlimm. Die Grünen wollen tatsächlich grüne Politik umsetzen und sie schreiben es auch noch ins Europawahlprogramm. Und damit werden wir ausgehebelt. Europa wird uns versklaven. Das ist unsere übergeordnete Instanz. Wir werden alle Sklaven Europas und die Grünen machen das. Und dann können wir uns nicht wehren und dann ist es da. Obwohl alle dagegen sind. Das ist ein Schwachsinn. Schreib immer gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye. Oh Gott, das ist ja alles nur der Plan nach hinten los. So, mal schauen. Gott. Waren die Grünen schon mal ehrlich zu Deutschland? Unglaublich, was die sich einbilden. No matter what my voters think. Mit den Grünen auf einer einsamen Insel können sie alles umsetzen. Ey. Das ist einfach. Die nimmt sich irgendeinen einen schlecht recherchierten Artikel, liest ihn einmal durch, gibt ihn wieder und denkt, sie macht Content. Ey. Unangenehm. Unangenehm. Ach. Ein. Also.